Ich werde irgendwie mit 600 Punkten oder so im Gold 2. Dann kommen 7-3 auf die Hälfte von deinem 3. Ja, so zwischendurch spiele ich mich jetzt noch mal so ein bisschen hoch, aber... Ja, Freitag, wenn ich wieder da bin, dann will ich der Platin sehen. Ja, das wäre schön. Ich versuch's, aber... Hätte mal wieder Bock auf Hero League. Alleine kann ich mich auch nicht so motivieren. Ja, aber es ist echt nicht einfach, ne? Ich hab ja auch noch den 2. Account, ich hab da auch ein bisschen gespielt. Heute Morgen. Boah, ehrlich, ich sag dir... Gegen nix aus. Ja, ich bin Silber 5 oder so mit dem 2. Account, also unterste Bob Noob Liga. Und da sind halt Spiele, da carry ich alleine durch und da sind andere Spiele, da kannst nix machen, ne? Es ist völlig egal, wie gut du bist. Du verlierst halt, weil deine Teammates so unfassbar schlecht sind. Das ist echt hart. Also... Ich weiß auch manchmal nicht, was ich da picken soll. Und das ist so unterste Noob Liga. Die spielen auch ohne Tank und ohne Heiler, ne? Also auch die Gegner. Ja, die picken einfach irgendwas. Ja. Ja, ja. Können wir das so machen, ne? Das ist echt übel. Da weiß ich manchmal echt nicht, was ich picken soll. Also Heiler in der Noob Liga kannst du eigentlich vergessen, weil du mit dem Heiler halt überhaupt nichts rumreißen kannst. Ja, ich sag dir ja, am besten ist meiner Meinung nach ein Lander. Ja, ich denk auch. Und dann nur also nur afk pushen, ne? Also... Bloß nicht irgendwas machen, was die... oder wo die Noobs hingehen oder so. Kenn dich, Alter. Du gehst dann trotzdem wieder besseren Wissens gehst du dann mit den Idioten mit. Ja, ja. Das darf man halt nicht machen, ne? Das ist halt... Ich sag immer, am besten afk pushen. Ja, mit Asmodan bin ich da ganz gut gefahren in den letzten Spielen. Die schlechte. Ja, genau. Asmodan oder Suhl oder mit was ich. Das verlieren werde. Kann ich ja jetzt schon sagen. Ja, wegen Sylvanas und... Sylvanas und Gasol spielen ja... Oh mein Gott. Die Signale werden aktiviert. Sie müssen sie kontrollieren. Die Signale sind aktiv. Übernehme sie die Kontrolle darüber. Oben hab ich getappt. Ah. Komm da auch, wenn ich kann nicht unten mit dem Idioten spielen. Gott, sind die schlecht, ey. Komm, noch mal kann, ey. Wollen wir eben ein Kübel sein? Hör auf zu pingen, nein. Ich stimme mit eurer Entscheidung überein. Ich muss auf das Ding drauf, wo was da? Direkt vor dir. Wir hängen zum Runden. Boah, wir hatten fast ein 100% und die 0, ne? Und jetzt verlieren wir nochmal alles. Ja, guck mal, wie wir hinten sind, ey. Wir sind 7. Die Vergeltung wird mir nicht länger verliebt. Der geht jetzt wahrscheinlich auch noch mal rein und fieldet. Das war ein Mini-Hook, ne? Wir rauchen meine G-Donaten. Hör mal, ping dich selber. Super, ich bin hier Solo gegen 3 oder was? Wer ist das eigentlich, der Gastflur oder was? Ich glaub schon. Wir brauchen noch mal eine G-Donk לא�. Ich bin hier. Wir brauchen noch einmal einen G-Donk Clay. Wir brauchen die G-Donk elemental. Geflügel, wird das nicht sein. Ich bin hier daher. Wo ist dein B-Donk Clay? Ja? Wir brauchen einen B-Donk Clay. Die Welle von denen hat nichts gemacht Anso auch Ich muss mein Tower begriffen Oh, f**k Ganz low, Toad Oh Gott. Wie spielst du den denn jetzt eigentlich? Hast du auch Quickcast oder? Quickcast? Ja? Nee, du meinst mit dem Q, dass ich mich selber... Nee, nicht mit Quickmatch auf keinen Fall. Wie denn? Machst du ganz normal mit Maus und mich ziehen? Ach so! Ja, 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 genau, jetzt weiß ich was du meinst. Ja, ich steuer ganz normal mit Standard. Bei Quickcast hab ich nur bei Tracer aktuell. Ah, scheiße. Oh, ich geh mal top, ne? Ja. Weil ich dann wahrscheinlich Solo nix machen kann. Ja. 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 Mhmer anschaut Hennings. Ja... Ich schlaile. Na wow. Ja... Ja. Der wurde mit meinen Kontrollen. Aber Gazloth steht hier auf Kamer und macht nix, ne? Während ich hier versuche mit einem Prozent den Tower zu halten. Alter, das ist ja nicht sein Ernst. Da haben wir auch ein Donatet. Ey, der Gaslob ist so schlecht, Junge. Der ist richtig übel. Gerade oben auch bei mir. Komm, die Sorgen machen es ja. Oh, tschüss. Die Welle kriegt schon wieder nichts gewissen. Ich muss mal abgemachen. Und die anderen hier rein und laden. Die besten Calls, ne? Wir sollen den Boss machen zu zweit hier. Vom Gaslo oder was? Ja. Ah, der macht jetzt den Boss der Gaslo. Uff. Nein. Ich glaube, die Signale werden reaktiviert. Ich wusste nicht, dass die da alle im Busch hängen. Ich dachte, das wären nur die Sylvanas und der... ...guldan gewesen. Das hasse ich halt so, ne? Jetzt wird er gechased, anstatt das Ding einzunehmen. Und dabei sterben die auch noch, ey. Das ist aber so dumm. Jupp. Ah, jetzt verlieren wir Top, weil Graumene runtergelaufen ist. Auch voll gut. Jetzt holen sie unten. Ey. Weißt du, wir hätten hier schon locker 50% haben können. Mindestens, ja. Ja. Genau, so schnell wie das hochtickt. Wollen wir gucken. Ah, wäre ich eh nicht weggekommen bei dem Slow. Ich glaube, die stimmt noch, oder? Hm. Gasloh ist unser Mann hier. Oh. Guck dir das. Hammer. Das ist Gasloh. Ja. Ja. Und dann, ey. Anstatt abzuhauen, fiel ist ja nochmal, geht ja nochmal rein, ey. Joa, es gibt eine 100% Welle für die Gegner, ne? Ja. Ich glaube, wir haben die Leute, die eben im Gegner-Team waren. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber so ist das halt, ne? Dass das für mich auch ein Helden-Liga spielt, sieht auch so aus. Nicht immer, ne? Aber wirklich oft. Guck mal, jetzt feedet der da gegen die Dings rein, oder was? Hab ich zu fassen. Fast, ja. Ey, der ist so schlicht, ey. Zartangriff, unterwegs. Wow, GG. Ja, und das ist halt das, was ich meine. Da kannst du gut sein, wie du willst. Also, was willst du da machen? So ein Gasloh kannst du nicht carryen. Ey, die Silvanas ist auch so übel, ey. Übel, ne? Ich bin nochmal reingejolo'd und hab die Waller gekillt. Silvanas möchte Waller töten. Ich bin nochmal reingejolo'd. Boah. Den Gasloh reporte ich jetzt erst mal. Silvanas auch. Silvanas ist MVP. Ich hab nicht gewotet. Komm, ich vote, damit wir mal 10 sehen. Silvanas hält mich auf. Aber es gibt nichts über, über legendär bei 8. Also 10 ist, äh, zwar cool, aber... Bringt nix. Bringt sowieso nix. Ja, das sowieso. Boah, 10 mal, 9 mal und 8 mal. Boah, Respekt. Und Gasloh. Gasloh ist ja, hast du gesehen, guck dir den mal an, guck dir den Account an. Ja, jetzt ist alles klar. Wieso? 10 Spiele? 38 Spiele. Hero Level 16. Ja, okay. Hat gerade erst angefangen, ne? Wie kommt ihr bei uns ins Kriegmash? Keine Ahnung. Aber der hat gerade erst angefangen zu spielen. Ja, natürlich. Deshalb war der auch so schlecht.